Herzlich Willkommen in einer weiteren Folge auf dem noch gewünscht Marsch. Wir ernten weiterhin Harps Opfer 2. Wir werden hier noch tanken. Volltanken. Wir werden hier noch volltanken. Den Ankerweg weiter ernähren. Dann werden wir nachher noch mit Kalken anfangen zum Wald. Später werden wir noch einen Anhänger holen. Wir können nur kurz wieder ausprobieren. Wir kriegen mal keine Fehler mehr. Wir werden gleich an den neuen Leichholen. Kann nur so gut fahren. Kann nur so gut fahren. Kann nur so gut fahren. Kann nur anhängen. Dann kann man nur noch variieren. Beziehungsweise mit Dolly und dem Traktor kann man auch noch mehr fahren. Dann stellen wir da mal nicht hin. Nur da nicht stört. Dann stellen wir hier. Wir holen uns den Standardanhänger. Der andere ist der Ballensammler. Für Rundenballen. Mal schauen wie das funktioniert. Das ist der Ballensammler. Das ist der Ballensammler. Das ist der Ballensammler. Und dann kannst du auch. Das ist der Ballensammler. Das ist der Ballensammler. Der ist der Ballensammler. Die Nachmittag mit dem Frostfeld klappt ganz gut. Jetzt werden wir mal schauen. Wenn die noch klappt. Ja, das klappt, der Lüchter, wo wir von da sind, aber wir wachen und wenn das damit klappt, werden wir ja noch einen Speichern her speichern. Das war's, das war's, das war's. Ich bin gespannt, wie in der Huchel war, völlig spät. Na ja, mal catcher. Ein bisschen dichter mehr. Das heißt, ich muss eingreifen. Sein. Halt. Halt weiter. Halt. 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 Post nachsext. Halt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 3. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 13. 16. 16. 17. Das war's für heute. Oh, schade, macht! Das macht es noch einiges leichter. Kann ich nur die anderen Aufgaben kümmern, wie z.B. Strohballen sammeln oder manche Silageballen sammeln, oder ob die Verkauf trägt. Erkennt er auch. Schön. So macht er Spaß. So macht er noch einen Ordner, oder? So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, mal schauen, ob es bei uns ist. Das muss doch alles fertig programmiert werden, das dauert ja noch weiter. Na, wo willst du hin? Irre für Androisenberg. Jetzt wird Folge No. 88. Weiter mache ich mal zur anderten Folge einen Livestream. Das klappt zum Sonntag oder Samstag. Am 1. Samstag. Am 16. Februar. Da muss er wieder haben, hier in Küche. Das kann ja nebenbei laufen. Kuppern, transportieren. Düngen, Kuppern, pflügen. Pflügen ist ja undankbar. Kapitel, pflügen ist ja. Pflügen ist ja undankbar. Pflügen ist ja oderankbar. Pflügen ist ja, wer weiß nicht. Pflügen ist ja. Pflügen ist ja, wer weiß nicht. es haben noch da und kaut dass wir ja 17 sehen 48 baumolle die technik nicht man könnte testen das feld 16 ein großes steil aha höchstereich boah schweiß 16, 16 sollen wir Dings rein, Baumwolle, so ein ganz selten. Das ist die richtige Aufgabe der Vorstellung. Ding. Beide kaputt. Vor dem großen Fels. Weich. Rotarieren. Weich. 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 So, kaputt. Weich. 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 kann man hier durch die Maschine so, auf geht's das passt jetzt wieder das kann man ja nicht weiter ...und... ...jebkann wenn er fertig ist... ...wacht, ich hab's hier mal noch mit rein... ...laufen überwachen... ...kontakt laufen nicht... ...nicht gut... ...wenn wir mal Spukrausen, das wird für... ...und Sonnen... ...kontakt... ...kontakt... ...wann scheinen ist es normal... ...den wir ja nur... ...ausseg' nicht dünn... ...kontakt... ...kontakt... Ah, jetzt geht er wieder. Spektrumotra zu sehen. Gut, länger wird er nicht ab. So ist er halt 16. Was hier auch nicht spricht. Auf der Koffen und Fahrt liegt schlecht. Ops, wir zogen. Super Leute, das hat's gewesen. Gefallen. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.